Klassik Populär Unser Liederabend, Piat, und heute sind wir wieder versammelt und sind das Letzte vom nächsten Lockdown. Wir hoffen, dass sich das nicht so weiter einsteigt. Heute haben wir für Sie wieder ein ganz klassisches Konzern. Es ist ein ganz klassisches Streichquartett, was Sie heute erleben werden. Auf dem Programm stehen zwei Werfer. Es ist das Streichquartett G-Dur, Köcheverzeichnis 387 von Wolfgang Amadeus Mozart und das Streichquartett Nummer 8, den C-Moll, Opus 110 von Dmitri Shostakovich. Es spielt für Sie das Streichquartett des brandenburgischen Konzertorchesters aus dem Oswaldo. Jetzt bei Mozart an der ersten Geige Stefano Milagio, dann an der zweiten Geige Alexandra Paradi, an der Viola ist das Fabian Struwe und am Cello Seu Young Lee. Ich wünsche Ihnen ein sehr schönes Konzert. Die Die Untertitelung. BR 2018 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 Diesmal an der ersten Geige, die Konzertmeisterin des Orchesters, Alessandra Halladi. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018